Was ich wirklich so traurig und auch so bedrückend finde, ist, dass man es hat sehen können und dass man es nicht verhindert hat. Sie meinen, so kurzfristig hätte man es auch noch verhindert. Aber natürlich. Dass Truppen schon alle da standen. Aber natürlich. Der amerikanische Präsident hätte nur sagen müssen, Präsident Putin, wir werden jetzt, nachdem wir sehen, dass Sie es offenbar ernst machen, werden wir über die Zukunft der Ukraine mit Ihnen reden. Das hatte er ausdrücklich verweigert. Putin hatte ja im Dezember 2021 an die Amerikaner geschrieben, ich brauche es diesmal schriftlich. Ich möchte schriftlich von Ihnen wissen, wie wir mit der Ukraine in Zukunft umgehen wollen. Und daraufhin hat Präsident Biden gesagt, über diese Frage werden wir mit Ihnen gar nicht verhandeln. Und als das passierte, sage ich mal, da hätte es einen Aufstand auf deutscher Seite geben müssen und sagen müssen, das kann doch nicht wahr sein. Denn wenn es jetzt wirklich zu einem Krieg führt, wie ihr selber gesagt habt, ihr Amerikaner, dann führt das natürlich auch Deutschland mitten in diese Problematik. Ja, das wäre eine Ritm extreme. Das wäre ja auch. Und dann wäre das cha舞.